Leo, der neugierige Lastwagen Da kommt Leo, der neugierige Lastwagen. Wohin gehst du, Leo? Gehst du ein neues Fahrzeug bauen? Los, lade deine Teile ab. Was wirst du heute bauen? Ein Taxi? Na dann los. Eine gelbe Karosserie? Eine Sitzbank für vorne? Und eine für hinten? Räder? Ein Lenkrad? Jetzt die Rückleuchte? Und dann die Scheinwerfer? Eins? Oh, wo ist die zweite Leuchte, Leo? Hm, kannst du sie für uns suchen? Hm, unter der Rutsche ist sie nicht. Und auch nicht im Tunnel. Aber Leo hat das Taxi-Schild gefunden. Das steht dir ja richtig gut, Leo. Na Leo, wo ist jetzt die Leuchte? Wow, auf dem Baum sind ja viele Leuchten. Aber wir brauchen nur eine. Lass sie uns mitnehmen und zu unserem Fahrzeug bringen. Und jetzt können wir die Leuchte montieren. Jetzt können wir die Leuchte montieren. Das Taxi kann jetzt seine Fahrgäste überall hinfahren. Gute Fahrt, Taxi. Farbe Kost machten. Kostü hub. Und dann können wir die Leuchte machen. Auf demás ustedes die Leuchte. Und dann können wir die Leuchte nach oben.